Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen rauchfreien Holzkohlegrill, der von drei Minuten grillbereit ist. Von Null auf Grilltemperatur, wie schaffen wir das? Im Kern des Gehäuses. Haben wir einen Lüfter verbaut und der bläst die Luft von unten nach oben in die Holzkohle rein. Der Lüfter selber läuft über ganz normale Doppel-A-Zellbatterien. Die halten es tatsächlich auch ein ganzes Jahr. Die braucht man nach dem Grill natürlich nicht zu tauschen. Wollte grundsätzlich auf Batterien verzichten, gar kein Problem. Hinten einfach das USB-Kabel anschließen, dann läuft der Lüfter ganz normal über USB-Anschluss. Und warum ist er rauchfrei? Normalerweise ist er so. Fett und Marinade tropft in die offene Holzkohle, in die offene Gasflamme. Es raucht, es qualmt. Hier ist alles ein bisschen anders, ein bisschen cleverer gestaltet. Hier tropft Fett und Marinade in die Innenschale rein und kommt dadurch nicht in Berührung mit der Holzkohle. So, vom Aufbau her, wie man ihn anzündet, das halte ich mal gerne. Hier aus dem Schnorchel, da kommt die Luft rausgeblasen. Vorne schaltet man den Lüfter ein. Fett und Marinade tropft, wie gesagt, in die Innenschale rein, so rein im Edelstall, Spülmaschinenfeste. Einfach hier drin einsetzen. Habt jetzt viel marinierte, eingelegte Sachen. Macht euch ein bisschen Sand unten rein, dann brennt euch die Marinade nicht so feste. So, zum Anziehen, das ist ein Klacks. Lüfter vorne einschalten auf höchste Stufe. Dann kommt hier in das Kohlekörbchen ganz normale Buchenholzkohle rein. Die findet ihr auch nicht im Supermarkt. Auf den Teller hier, da geben wir einfach so eine Brennpaste. Die ist nur dafür da, dass der Funke überspringt. So, die setzen wir einfach in den Grill ein. Kurz angezündet. Dann das Kohlekörbchen oben draufgesetzt. Das Rost ist auch aus reinem Edelstahl. Auch Spülmaschinenfeste. Setzen hier oben einfach ein. Machen links und rechts die Schnallen runter. Zum Kühlschrank gehen, was leckeres zum Trinken, das leckeres zum Grillen holen. Wiederkommen und euer Grill ist dann schon längst grillbereit. Das Rost wird unheimlich heiß beim Grillen, das sollte man nicht berühren. Die Rehling im äußeren Bereich, die bleibt kühl, die wird maximal handwarm. Ihr könnt euren Grill so mit jeder Zeit öffnen. Um zum Beispiel mal nach den Folienkartoffeln zu schauen, Gemüsepäckchen, alles gerne in die Innenstelle legen. Dank des Deckels hier habt ihr eine geschlossene Feuerstelle. Das heißt, ihr dürft mit dem Grill auch überall da grillen, wo offens Feuer verboten ist. Ganz aus dem Campingplatz, im Stadtpark, am Baggersee und weil er raufheiß sogar. In jeder Ferienwunde auf dem Balkon. Auch in der Innenstadt. Ihr könnt auch wunderbar drauf kochen. Dafür einfach ganz normale Pfannen nehmen, oben drauf setzen. Und das ist ähnlich wie beim Induktionsherd. Die Hitze ist unheimlich schnell da. Genauso können wir da auch wunderbar unseren Kaffee drauf kochen, Glühwein drauf machen, Tee drauf kochen. Ihr könnt eine Dreiviertelstunde lang mit einer Holzkohlenfung lang grillen. Das reicht immer aus. Wenn ihr zu zweit, zu dritt oder zu viert grillt, wollt ihr es länger grillen, weil jemand spontan dazugekommen ist, gibt ihr eine wunderschöne Wärme abends ab, einfach hergehen und frische Holzkohle von oben nachfüllen. So brennt der Grill den ganzen Tag von morgens bis abends, ohne einmal auszugehen. Und das Schöne ist, ihr habt nach dem Grillen ein Teelöffelchen an Staub übrig. Deckel wieder draufsetzen, Brost draufsetzen, fertig. Der Grill ist auch unheimlich sicher, hat auch schon mehrere Preise gewonnen. Der wird von außen absolut nicht heiß. Auch wenn unten runter wird der Grill nicht heiß. Das heißt, für euch, ihr könnt den Grill überall draufsetzen, auf dem Holzstich, auf dem Kunststoffstich, auf dem Plastich, selbst auf einer Picknickdecke. Findet ihr damit wunderbar Grille. Figurär liegt der Grill bei 189 Euro. Hier bei uns nur 159 Euro auf der Messe. Und da schenken wir euch auch noch oben drauf ein nettes Set mit dabei. Die Batterien sind dabei, das Kabel ist mit dabei. Ein Schäufelchen für die Holzkohle zum Befüllen ist mit dabei. Die Brennpasse ist mit dabei zum Anzünden. Ein kleines Demalje-Fändchen, ideal für Röstsäbelchen. Oder mal ein Spiegeleicht zum Reinschlagen. Und natürlich die große Paella-Fanz ist auch mit dabei. Die Grilltransporttasche geben wir euch auch noch mit dazu. Ihr habt zwei Jahre Vollgarantie auf dem Grill. Und dabei hinaus alle Teile, die man mal verlieren könnte, die mal kaputt gehen können, haben wir immer auf Lager einfach bei uns anrufen. Ihr könnt euch niemals mal ein Grill zu kaufen. Ist also wirklich ein Freund fürs Leben. Ja, vielen Dank.